Okay, ich zeige euch jetzt den Gazellenhaken, auf Englisch Gazelle Hook oder so, ich weiß nicht, ob man Gazelle auf Englisch ausspricht, aber ungefähr so. Und zwar sind wir noch nicht in der Kampfdistanz, ich komme noch nicht an meinen Gegner ran, kann ihn noch nicht treffen mit dem Haken, er steht vielleicht da hinten. Jetzt möchte ich schnell die Distanz überrücken und ihn dann mit einem kräftigen Haken treffen. Dazu störe ich hier meine Grundstellung und sammle ein bisschen Kraft, indem ich mich zur Seite lehne. Ich ziehe mich auf wie so eine Feder, okay, ziehe mich auf, schwinge die Schulter vor und schmeiße den Körper nach. Zack, bam, okay. Durch diesen Schwung mit der Schulter kommt mein Körper hinterher. Ich lehne mich raus, schwinge die Schulter vor und schwinge mich an den Gegner ran. Aufladen, bam, rein. Ich komme noch nicht ran, ich stehe ein bisschen weiter weg. Ich lehne mich auf, bam, rein. So, bumm, 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 bumm. Genau, so geht ja, Gott sei Dank. Ganen Sie? Grazie. Danke. Danke. Vielen Dank.